Und damit Willkommen zurück zu Rising World. Wir werden heute ein bisschen die Stümpfe weg machen. Und dann gucken wir mal, wie es oben weiter geht. Wir müssen ja noch die Mauern innen fertig machen. Und dann können wir eigentlich schon anfangen. Obwohl, ne, ich glaube, dann werden wir erstmal wieder ein bisschen graben. Dann können wir die untere Etage dann noch machen. Beziehungsweise, wir sind ja oben noch nicht mal fertig. Also, es wartet sowieso noch sehr viel Arbeit. Es wird schon wieder so dunkel hier. Ich weiß nicht, ob es gerade Nacht wird. Es ist einfach nur sehr bewölkt momentan. Oh, ab morgen gibt es ein neues Spiel. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Oh, ich denke, das wird ganz gut. Mal ein bisschen abseits von dem ganzen Baugram. Ich meine, Fable ist jetzt auch schon abseits vom Baugram. Aber ich weiß nicht. Ich habe ja nur zwei Sachen, wo ich viel baue. Und wir wollen ja noch ein bisschen mehr machen. Und bei dem Morgen mal gucken, wie viele Leute das so interessiert. Weil ich muss sagen, die Views von Rising World nehmen ganz schön ab. Scheint nicht so interessant für euch zu sein, wie für mich. Aber es ist mir egal. Ich glaube, ich werde es einfach weitermachen. Einfach aus dem Grund, weil es mir eben so viel Bock macht. Auch so ein bisschen dabei zu erzählen. Weil ich glaube, sonst würde das Spiel wirklich langweilig werden. Also wenn ich hier die ganze Zeit so vor mich hinspielen würde und keine Ahnung, es würde halt nichts passieren, so wirklich. Und ich könnte nicht reden und ich würde mit mir selbst reden, ohne das aufzunehmen. Das wäre total komisch. So, dann haben wir gleich alle Wurzeln weg. Könnten wir eigentlich schon wieder ein bisschen aufforsten. Ich weiß gar nicht, wir brauchen momentan, glaube ich, kein Holz. Wir können ja ein, zwei Bäume stellen und dann ist gut. So, das wird uns, denke ich mal, noch eine ganze Weile kosten, ne? Also eine ganze Weile. Im Gegensatz zur Höhle geht das hier richtig schön schnell. Da, wieder einsammeln. Wir können dann auch, ich denke mal, in der nächsten Folge oder übernächste, könnten wir eigentlich schon noch mal ein bisschen was am Fachwerk machen. Damit mal wieder dann was am Bauen passiert. Aber diese Folge werden wir ja auch bauen. Wie gesagt, wir machen dann die Wand. Und, also wir machen die Wand halt erstmal so roh, wie wir beim letzten Mal gemacht haben. Und, äh, dann gucken wir mal weiter. Also das Spiel, was morgen kommt, ich feier das jetzt schon. Ich muss nur gucken, ähm, wann ich das mit reinnehme. Also ich hab's ja jetzt immer ungefähr so gemacht, dass ich, äh, 14 Uhr Fable genommen habe. 16 Uhr Ego und 17 bis 18 Uhr, so irgendwann kam Rising World. Ob ich da das vielleicht irgendwo mit Zwischenquetsche oder mal sehen. Einfach mal nur die Musik genießen. Unsere Abhörbäume wachsen ganz langsam. Hoffe ich. Ich finde die Musik ist gar nicht so verkehrt und, äh, wie gesagt, es sind halt sieben Stunden. Und klar gibt's halt bestimmt auch noch einige Sachen, die mir daraus nicht passen werden. Die werde ich dann vielleicht einfach rausschneiden. Aber so bis jetzt bin ich nicht verkehrt. Von allem ein bisschen was bei. So, dann haben wir das nämlich auch geschafft. Ach, wir pflanzen jetzt nicht nach Wohlwarten. Wir haben ja noch einen dabei. Den können wir nachpflanzen. So, hier, du kriegst hier den höchsten Punkt. So, weil du einfach der Einzige sein wirst. Viel Spaß beim Wachsen. Ist klar, dann machen wir jetzt noch ein paar Steinchen. Dann machen wir das oben fertig. So, was hatten wir denn da? Ich glaube, Putz. Genau. Reicht das? Ach, ich hoffe es einfach. Hier müssen wir die Wurzeln auch noch wegmachen. So, Licht an. Oh, alles klar. Fällt mir noch die Wand hier hinten. Aber ich glaube, wir haben doch zu wenig gemacht. Ich will sehen, wie viel hier noch fehlt. Was haben wir denn noch? Haben wir noch? Wieso hat er denn den einen nicht gesetzt? Komisch, komisch. So, jetzt aber. Na, kommst du wohl? Hm, schon wieder alle. So, jetzt kommen wir mal. Oh, doch, bis ran. Das ist schön. Na, super. Aber es war klar. So, nehmen wir jetzt gleich noch den Stein hier weg. Und ich würde sagen, haben wir die grobe Wand schon mal geschafft. Also hier kommen ja nochmal die Steine und so weiter. Und das machen wir später zu, wenn wir hier hochkommen. Also heißt es jetzt erstmal wieder hacken. Aber so viel ist es ja gar nicht mehr zu hacken. Okay, ich meine, das nach oben wird noch eine ganze Weile dauern. Aber dafür kommen wir am Ende schön weit. Wir haben dann was richtig Großes für den Anfang. Und dann können wir mal gucken, was wir hier alles zu bauen können. Wie gesagt, das kriegt ihr nur in unserer Fantasie. Und da sowieso noch einige Folgen, hallo, ins Land gehen werden, bis wir hier durch sind. Können wir uns noch viel überlegen, was man alles zu bauen kann. Ach ja, graben. Ich will mal ein schönes Survival-Spiel, wo man einen Bagger hat. Und dass ich einen craften kann. Das wäre cool. Ich meine, man kann hier irgendwann, ich glaube, TNT machen. Dynamit. Dynamit war es. Was ist das denn? Hallo? Ja. Aber dafür braucht man einen Salpeter, glaube ich. Und das haben wir nicht. Das könnten wir ja dann mal suchen gehen. Wenn wir hier das Haus irgendwann fertig haben. Und dann können wir die nächsten Häuser hier schneller machen. Ich weiß nämlich auch noch gar nicht, was das für ein Radius hat. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal eine Menge Aluminium. Das gibt momentan gar nicht so viel zu erzählen. Wie gesagt, wir machen dann halt morgen ein neues Spiel, das wird mehr so Shooter mäßig sein, kommt auch morgen erst raus, also man kann es halt schon vorbestellen, aber offiziell kommt es morgen raus und es gibt auch schon einiges auf YouTube dazu, aber das ist mir egal, weil ich habe mir das Spiel gekauft, weil ich es spielen wollte und nicht, weil ich mir dachte, ja, ist neu, musst du let's play, nee, einfach aus dem Grund, dachte mir so, ja, geiles Spiel, musst du mal spielen, kannst ja nicht gleich ein let's play draus machen. Ich habe schon überlegt, ob ich die Folgen mit den Steinen einfach länger mache, damit wir schneller durch sind, aber da gucken wir mal am nächsten Mal vielleicht, dann könnt ihr nämlich einfach mit Folgen überspringen, wenn euch das doof ist, ich meine, kann ich ja irgendwo verstehen, habe ich ja schon öfter gesagt, aber es muss halt gemacht werden und manche wollen das trotzdem sehen, weil sie einfach Bock haben zuzuhören oder keine Ahnung. Oh, das ist alles viel zu hoch, aber wir können nicht viel tiefer gehen, weil wir ja unten schon gegraben haben und dann fahren wir irgendwann runter, wir machen es trotzdem. So, bitte geh nicht weg, ja, das ist gut. So, aber so viel fehlt, wie gesagt, nicht mehr. Dann sind wir wenigstens schon mal einmal so weit, dass wir hier durchgucken können. Und dann wird wahrscheinlich dieser ganze Berg zusammenbrechen und wir sterben und das war's mit dem Let's Play. Da habe ich bis jetzt nicht aufgeregt wurde wegen dem Let's Play, also ich hab's bis heute nur bei Rising World, ab morgen gibt's das auch bei Eco, bei dem neuen Spiel gibt's das selbstverständlich. Und bei Fable kommt das glaube ich erst ab, oh Gott, Part 9 oder so. Oh ja, das ist die Steinhack-Musik. Eigentlich müssen wir, bevor wir wieder was bauen, ähm, erst fertig hacken. Weil ich hab mir das halt so vorgestellt, man kommt dann hier unten rein, lölölölölölöl, hat dann hier ganz viele Räume überall. Und deswegen habe ich schon überlegt, ob man das hier hinten wieder wegnimmt, weil ich dann hier gerne so eine Treppe hoch machen will und die dann nach da und nach da geht. Dann müssen wir dann mal gucken, ob wir dann das hier einfach wieder wegnehmen. Oder wie wir das machen, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall müssen wir hier erstmal lustig die Höhle hacken. Und das wird dauern. Ich habe auch überlegt, ob wir... Also wir machen hier drüber sowieso noch eine Etage. Aber ob wir dann... Opfer dann. Ähm, ob wir dann hier drüber noch so eine Kuppel bauen. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Aber der Berg ist auch nicht unendlich groß. Ne, wir gucken mal. Wir müssen jetzt erstmal noch ein bisschen graben. Und wir sollten auch mal wieder was trinken, sehe ich gerade. Na ja, die perfekte Stein-Hackmusik. Ich finde die geil. Ah, ne, die nicht so. Gott, nimmt das denn hier kein Ende? Wir können ja mal versuchen, hier durchzugraben. Einfach so geradeaus. So, wie war das bei dem... Wenn man davor steht, rechten Stück gemacht haben. Oh nein. Ich wollte mich gar nicht bewegen. Wie ist das denn hier so tief? Habe ich so nicht bestellt. Da. Bisschen Kopffreiheit. Erstmal in der Luft rumgehackt. Oh, oh, ist das... Oh mein Gott. Ich glaube, die Welt ist gerade eingestürzt. Oh, ich glaube, wir sind durch. Yes. Wunderbar. Na. Das machen wir dann nächstes Mal weiter. Also so viel ist es wirklich nicht mehr, ne? Weil hier halt noch das Stück, das Stück. Ja, und dann halt eine ganze Menge nach oben. Oh, es ist dunkel geworden. Wir können eigentlich auch noch einen Schluck trinken gehen. Dim, dim, dim. Da könnte ich auch was essen, aber... Nö. Ich meine, wofür haben wir unseren coolen Teig hier? Ja, du hast Wasser getrunken. Ja, genau so trinke ich auch immer mein Wasser. Einfach mal reinspringen. Gut. Dann soll es für diesen Part gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Und... Tschüss. Tschüss.